speichern da steht auf deutsch alles andere ist auch englisch grausam man versteht nicht mehr irgendwie worum es geht also ich jetzt gerade ich finde es echt schade also schon versucht haben englisch zu übersetzen weiß und das spiel eigentlich nur auf englisch ist und ich auf deutsch da so gerne also von der übersetzung schwer enttäuscht also da echt ja keine leute zur verfügung hatten dass da die die hälfte von dem spiel alles auf englisch ist ich wäre enttäuscht von den übersetzer muss ich sagen ich nehme jetzt mal das dann ich wollte es nicht machen, sara Carver hat ihn gemacht er ist der schlechte nicht dein Vater also in einer wunderschöne Weise Carver ist derjenige der dich nicht dein Vater ich glaube so Carver hat mich super schwer weil es immer so schade wie verrückt ja es sieht so aus ich weiß nicht warum die Leute müssen so schade sein es ist ja regi sind okay wir sind jetzt aber auch ein bisschen selbst und schuld dass er nicht ruhig gewesen ist und hat deswegen eine backpfeife verdient gab das heißt wenn erwachsene die kinder die klappe halten so mehr oder weniger ich weiß ja nicht wie eure meinung darüber ist ich könnte meine kommentare schreiben sie hat das ganz schön mitgenommen was davon passiert ist man merkt es einfach an ihrer stimmung laune konzentriert an mein wort das war es auch wird er wohnt du da beginn haben wir die wort mehr wir werden uns nicht wirklich zeigen was wir machen sollen aber vielleicht ja gut aha okay die toten strenge abschneiden da sind auch viele abzuschneiden wir helfen ihr mal scheint echt irgendwie gerade sehr sehr dauernd zu sein hier watch me ja wir müssen in dieser hinsicht ja schon zusammenarbeiten sonst kriegen wir wahrscheinlich auch einen drauf da kommt er der drecksack von nie gehen also ich nenne nie gehen weil er mit dem ähnlichkeit hat irgendwie ja bell hey what the fuck happened in here look bell they're new and me with my arm it's just not the easy i just have i have one shut up shut the fuck up you better have an explanation for this and i mean now bill please just sounds like you're about to give me an excuse we'll get it done just give us some more time it was my fault i didn't show sarah well enough i guess now this ain't your fault we talked about this reggie didn't we but you just don't get it do you get what i why don't you girls wait outside reggie and i have a few things to talk about thanks for the help girls thanks for the help girls yeah weil wir jetzt sarah geholfen haben art clementine auf ihrem pult ja keine schnippel zeug keine verwelkte sträucher blumen was auch immer da liegen gehabt ja und da reggie ja nicht dafür gesorgt hat dass wir auch okay wikings wg 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 g wg 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 Da schmeißt er den einfach da oben vom Dach runter. Also wir sollen nicht versuchen herauszufinden was passiert ist oder weswegen sondern einfach nur unseren auftrag ausführen und wieder zurückkommen passiert uns auch nichts so nach dem motto Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Hey, that ain't your concern. Get that stuff over to them boys. Just follow them cables. Shut up. You asshole. Und haben die so eine Ladenzeile oder sowas haben die beschlagnahmt. Und sich als voreingerichtet oder so. Ja komm, Clem, geh rein. Ja irgendwie so ein Einkaufszentrum mit dem Parkplatz wo. Oh. I ain't nobody's laborer. Fuck that. Let him get rid of themselves. That's so important. Get your fucking hands off. You ain't gonna force me to do this bullshit. I said get your hands off me. Or what? You gonna go tell on me? I'm trying to help you asshole. Yeah, this is a real help. Why don't you just worry about yourself? Reggie's dead. Carver killed him. What? You sure? Who did you? Shit. Fuck. Grab something. Shit. Fuck. 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 Ja, okay, noch mal. Nein. What the fuck, ey. Na, mach schon. Äh. Hallo, was soll ich denn da drücken? Ich drück doch schon rüber. WTF, ey. Steht da Pfeil nach links, aber irgendwie passiert da nichts. Hä? Ähm. Shit, fucking grab something. So, jetzt haben wir auf die Birne gekloppert. Weiter, geh ich weiter. Und jetzt? Kuh, 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 Kuh. Ui, 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 das war knapp. Oh, ho, ho. Ui, ui, ui. Haben's geschafft. Sehr schön. Da ist ein Hammer. Der Klemmer teilen. Nimm dir den Riesen-Pemse. Oh, schluss. Da ist ein Schaumzieher. Pfeiler unten. Steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf, bleib nicht liegen. Nicht gucken. Aufstehen, Clem. Das war knapp. Oh, fix, ey. Oder was seid, dass ihr beantrabt, ey. Faule Fisch. Get out of there, come on. Make me save your ass. Jesus. Oh, thank God, you're okay. Alright, enough mushy shit. You get back inside, right fucking now. I'm sure they got shit for you to do in there. Now. I think I'm fucking around. Now I gotta sit down here and babysit you assholes. Can't do a simple fucking patch job without me here cracking the whip. Okay. 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 Okay.